Ernste Gesichter in Anbetracht einer ernsten Lage. Rund eineinhalb Jahre Krieg herrschen mittlerweile in der Ukraine und die Kämpfe der Armee gegen die russischen Invasoren halten mit voller Vehemenz an. Laut offiziellen Angaben hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstag Truppen in der Region Saporizhia besucht. Laut dem Präsidialamt in Kiew sprach er mit Kommandeuren über die Kämpfe an der Frontlinie und besuchte ein Feldlazarett. In dem Lazarett erhalten offiziellen Angaben zufolge täglich bis zu 200 Verwunderte ihre Erstversorgung. Im Raum Saporizhia, im Süden des Landes, gibt es immer wieder russische Luftangriffe. Nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte wurden seit Kriegsbeginn in der Ukraine etwa 10.000 Zivilisten getötet. Allerdings handelte es sich dabei nur um die bestätigten Todesfälle. Aus vielen Regionen fehlten Informationen, hieß es. Daher dürfte die Dunkelziffer deutlich höher liegen.